Kurz vor dem entscheidenden Moment. Das Herz des Trabis mit Wankelmotor soll nach fast 60 Jahren erstmals wieder anfangen zu schlagen. Da wird es noch einmal hektisch. Selbst der gestandene Diplom-Ingenieur Mario Häberer, der vor Jahren die Wankel-Konkursmasse erwarb und so etwas wie Wankels Erbe ist, kommt in seiner Werkstatt in Kirchberg ins Schwitzen. Zumal die Gäste zur Wiedergeburt bereits da sind. Da gibt es eine ganze Menge, was man falsch machen kann. Man kann sogar was vergessen einzubauen. Es ist zwar nichts übrig geblieben an Teilen, aber das schlussendliche Arbeit bleibt immer. Wir werden es gleich sehen. Die Spannung ist jedenfalls schon ganz schön groß. Na dann, drücken wir mal auf den Knopf. Ob die Mühe von drei Jahren Arbeit von Erfolg gekrönt sein wird, jetzt kommt es darauf an. Ja, es wankelt wieder, das Werk ist vollbracht. Die Kraftquelle des letzten von 1-6-Prototyp-Fahrzeugen, von dessen Existenz nur wenige Eingeweihte im Arbeiter- und Bauernstaat, wussten, sie ist wieder am Teckeln, wie man sagt. Er hat sich nach all den Jahren sofort erinnert, von was er bestimmt wurde. Das ist gut. Gewaltig. Toll. Ein Trabi mit einem Wankelmotor, oder wie er in der DDR bezeichnet wurde, Kreiskolbenmotor, kurz KKM. Das ist nicht nur heute eine Sensation. Anders als beim Auf und Ab des Hubkolbens übernimmt dabei eine Scheibe die ganze Arbeit. Die Vorteile? Kleiner, leichter und weniger Krach. Dass ein Kolben ebenfalls einen taktenden Arbeitsablauf ermöglicht, entdeckt Felix Wankel, ein streitbarer Konstrukteur, noch vor dem Krieg. Mit der Zeit verfeinert er sein revolutionäres Prinzip. Wann ist zum ersten Mal so ein Motor denn gelaufen? Dieser Motor fing im Februar 1957 anzulaufen. Der Wundermotor soll auch für den Trabi zum großen Wurf werden. Der Kontakt zur NSU AG, die sich Wankels Idee gesichert hat, wird hergestellt. Lizenzverträge erworben. In Folge lassen Ingenieure aus Ost und West es gemeinsam im Trabi wankeln. Die Ergebnisse stimmen positiv. Die hinter den Mauern der Versuchsabteilung im damaligen Werk 4 in Zwickau erzielt werden. Wir sind zum Beispiel an hochklassischen Autos auf der Autobahn mit dem Trabant vorbeigefahren. Da haben sie alle große Augen gemacht und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass hier so ein Trabant in Datra zum Beispiel überholt oder in großen Volga. Trotzdem kommt 68 das aus für die Innovation. Sprit- und Ölverbrauch sind zu hoch laut Orte der Politbosse. 3,5 Devisen Millionen und rund 12 Millionen Euro von Ostmark sind damit futsch. Die Test-Trabis samt Wankelmotor kommen in die Presse oder werden an den DDR-Bürger zurückgebaut, verkauft. So schafft es einer dieser 601er zu überleben und wird viele Jahre nach Mauerfall den Mitgliedern des Zwickauer Vereins InterTrab angeboten. Den Experten fallen die kleinen Unterschiede sofort ins Auge. Man recherchiert und entschließt sich, das Häufchen Elend wieder zum Wankeltrabant aufzubauen. Womit wir bei Mario Heberer dem Motor und den Herausforderungen wären. Wenn man sich mittlerweile über 20 Jahre mit dem Thema beschäftigt, dann gibt man zwischendrin nicht einfach auf. Da ist dann auch der Ehrgeiz da. Also nicht das, den kriegen wir so laufen. Ich habe den Motor zwei oder dreimal wieder zerlegt, weil ich festgestellt habe, so geht es nicht weiter. Über 10.000 Arbeitsstunden später. Dabei hat das insgesamt 20-Mann-starke Team von Enthusiasten praktisch jedes Teil in der Hand gehabt. Vom Innenleben über die Karosse bis zur Außenhaut musste alles wieder fit gemacht werden. Demnächst hat der Kleine einen Garagentermin zur Hochzeit. Autobauer nennen so die Vereinigung von allen Bauteilen eines Fahrzeugs. Der Motorlauf war der Schlüssel dazu. Es ist ein großer Tag. Es ist im Grunde genommen gelebte Industriegeschichte. Lass noch mal los. Lass noch mehr machen.